also eigentlich wollte ich ja was zu weihnachten sagen aber ich muss auch mal das thema anschneiden schlafen im schlafzimmer mit dem vater mit der mutter oder mit den kindern also ich für meinen teil schlafe gern alleine der wenn er bei denen in der mitte im bett schläft und hörst jetzt das ja genau das die ganze nacht an dann bekommst du kein auge zu dann wollte ich mal zu dem thema schlafen im bett der vater mutter kinder was weiß ich ansonsten du wünschle schöne hat wenn es zeit